Hi! Ja, willkommen zu meinem neuen Video. Es geht heute um Lippenstifte, weil ich hatte bisher schon vieles ausprobiert. Also die letzten, die ich hatte, sind alle von P2. Ganz normale Lippenstifte, aber mir ist halt aufgefallen, dass die halt nicht so lange halten. Wenn ich was gegessen habe, was getrunken habe, dann waren die sofort wieder weg. Und ich wollte jetzt mal was Haltbares, Länge Haltbares, wo ich essen kann, trinken kann, machen kann, was ich will. Und da wurde mir halt empfohlen von meiner Freundin Nick. Nick. Ja, von meiner Freundin Nick. Sag ich jetzt einfach mal. Ich verlinke dann gleich noch hier oben ihren Kanal rein. Dann könnt ihr einfach mal gucken, was sie so macht. Sie zeichnet. Äh, ja. Also jedenfalls hat sie mir welche empfohlen. Und zwar diese hier. Das ist, ähm, das sieht man jetzt nicht so ganz. Das blende ich euch gleich noch ein. Ähm, der ist von Manhattan Lips to Last, heißt der. Das ist, ähm, hier, hier ist die Farbe drin. Hier. Und dann gibt's hier noch so ein Gloss. Zur Versiegelung würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, die Farben sind total schön. Also ich hab' einmal hier so einen etwas dunkleren Ton. Und dann ein bisschen was Helleres. So ein bisschen rosaner. Ähm, ja. Also man geht einfach hin, macht es halt einmal hier so drauf, ganz dünne Schicht. Und dann lässt man es eine Minute lang trocknen. Dann, wenn man ein bisschen dran geht, merkt man auch, dass es ein bisschen klebrig ist. Und dann macht man einfach das, das Gloss drüber. Und ja, man kann dann essen, man kann trinken damit. Man kann einfach machen, was man will damit. Und es geht einfach nicht weg, die Farbe. Das Gloss geht dann nach der Zeit ein bisschen weg. Das ist ganz klar. Aber man kann ja einfach wieder neu drüber machen. Und das ist ja nicht das Problem. Ähm, zum Abschminken, da sollte man ölhaltiges Make-up-Entferner nehmen. Jedenfalls, ähm, die Farben hab' ich jetzt, also ich hab' jetzt zwei Stück von denen. Der dritte wird noch kommen. Das ist dann ein roten. Und, ähm, der vierte, der wird dann auch noch kommen. Das wird dann ein bisschen krasseres, ähm, Pink werden. Also richtig knallpink. Und ich hab, ähm, meine im DM und im Müller gekauft. Also im Müller hab' ich 5 Euro, ähm, ich weiß nicht genau. Ich glaub' 5,95 Euro oder so gezahlt. Und im DM hab' ich den gesehen. Also im DM gibt's irgendwie unterschiedliche Preise. Ich weiß es nicht. Jedenfalls in dem einen DM kostet er 5,65 Euro. Und in dem anderen DM kostet er nur 4,95 Euro. Und ich hab' ihn ja da gekauft, was 4,95 Euro kostet. Tja, ich weiß auch nicht warum, die da unterschiedliche Preise haben. Aber es ist halt einfach so. Und jeder, der irgendwie einen Lippenstift sucht, wo dauerhaft, also dauerhaft ist nicht, aber halt länger haltbar ist als die normalen, den kann ich wirklich nur diese empfehlen. Also die sind wirklich sehr, sehr gut. Ich schreib' dann noch in die, ähm, Infobox rein, wie die heißen und welche Nummern. Weil die haben hier Nummern. Und das ist dann halt die Farbnummer. Und ja, wenn jemand die nachkaufen will, einfach in die Infobox schauen. Und da steht jetzt dann alles drin. Ich hoffe jetzt halt, dass es euch gefallen hat und dass ihr Spaß hattet. Und ich freu' mich über ein Abonnement oder einen Daumen hoch oder einen Kommentar oder einfach alles zusammen. Da freu' ich mich wirklich sehr, sehr. Und, ähm, bis zum nächsten Mal sag' ich dann Tschüss! Und, ähm, bis zum nächsten Mal.